Ich grüße dich aus dem Hypnose-Studio deiner digitalen Hypnose-Praxis. Mein Name ist Ralf Lederer und ich antworte hier in diesem Video auf eine Rückmeldung eines Kunden, der vor sechs Wochen angefangen hat mit der Gewichtsreduktion und meinem Sechs-Wochen-Programm zum Abnehmen für zu Hause. Du findest das übrigens verlinkt im ersten Kommentar unter diesem Video und in der Videobeschreibung. Wenn du dir das gerne näher ansehen möchtest und vorhast ernsthaft abzunehmen, dann brauchst du nur auf diesen Link zu klicken. Jetzt leite ich direkt über in die Antwort und zwar hat er erstmal geschrieben, dass er bereits 14,5 Kilo abgenommen hat in sechs Wochen. Und jetzt könnte man so als Außenstehender meinen, mein Gott, das ist doch viel zu viel, das ist doch unglaublich. Nein, das ist nicht viel zu viel. Es geht hier um einen Mann sehr stabil bei einer Körpergröße von über 1,90 und da sind 14,5 Kilo zwar sehr viel, aber nicht zu viel, dass man das jetzt nicht glauben könnte. Es ist ein super Abnehmerfolg und es gibt auch keinen Grund dafür, dass er mir hier die Unwahrheit schildert und mir in irgendeiner Weise hier Bauchpinseln möchte, sondern die Erfahrung hat gezeigt, dass Menschen in E-Mails immer offen und ehrlich reden, eher noch kritisch sind in der Hoffnung, dass ich dann die eine oder andere Frage beantworte, Zweifel nehme. Ein weiterer Vorteil, den er geschildert hat, war das Hautbild, was sich geändert hat. Er hat wohl Hautprobleme gehabt und das Hautbild hat sich so verändert, dass ein Freund zu ihm gesagt hat, du siehst aus wie vor 20 Jahren. Das erstmal zum Erfolg dieser Person. Jetzt kommt aber eine kleine Kritik, eine Frage, denn er hat mir gesagt, dass seine Freundin sich das Nichtraucherprogramm von mir gekauft hat. Das wird jetzt auslaufen, das wird anderweitig vermarktet werden, aber es war halt noch bis Jahresende zumindest noch erhältlich über die Verkaufswebseite und die Dame hatte wohl weniger Erfolg mit dem Nichtraucherprogramm als er mit meiner Hypnose zum Abnehmen. Da das Problem, was er geschildert hat, jedoch auch mit dem Abnehmen und Hypnose zu tun haben kann, möchte ich darauf gerne eingehen. Und zwar hat die Freundin vorgehabt, mit dem Rauchen aufzuhören, war vom Erfolg 14,5 Kilo Gewichtsreduktion in sechs Wochen so fasziniert, dass sie gesagt hat, nee, ich möchte das jetzt ausprobieren mit dem Rauchen, das funktioniert bei mir auch. Pustekuchen, sie hat das Programm angefangen, also das Drei-Phasen-Nichtraucherprogramm und hat trotzdem noch nicht aufgehört zu rauchen, mit dem Hintergrund, dass sie zwar einschlafen konnte, relativ schnell eingeschlafen ist, aber die hypnotische Entspannung nicht halten konnte. Sie hat also in keinster Weise eine Hypnose wahrgenommen, konnte sich auch nicht darauf einlassen, aber ist irgendwann in den Schlaf übergegangen. Rauchen tut sie immer noch und die Frage von dem Herrn war, wieso? Wieso kann das sein, dass er in sechs Wochen durch Hypnose 14,5 Kilo abgenommen hat, aber seine Freundin es nicht schafft, sich auf die Hypnose einzulassen und das Rauchen aufzuhören? Und hier kann ich ganz klar erstmal grundsätzlich eine Antwort geben. Zunächst einmal, nicht jeder Mensch reagiert gleich auf Hypnose. Es ist, wenn man es ganz flechmatisch sehen möchte, auch wenn es vielleicht der ein oder andere Hypnose-Kollege nicht hören möchte, in gewisser Weise auch ein Glücksspiel. Wir bekommen als Hypnotiseure, zumindest damals 2008, wo ich die ganzen Seminare begonnen habe, durchzuführen, nachdem ich dann selber so gemerkt habe, ja, ich gehe jetzt meinen Weg, bekommst du mitgeteilt in der Ausbildung, erkläre deinem Klienten immer nur das Beste, dass alles funktioniert. Gebe nie zu, wenn mal was nicht funktioniert und sage ihm immer nur Positives, das würde ihn positiv vorkonditionieren. Das möchte ich nicht. Ich sage grundsätzlich, es gibt Menschen, die reagieren auf Hypnose unheimlich gut und es gibt Menschen, die reagieren weniger gut. Das weniger gut kann aber auch nur mit aktuellen Gegebenheiten zusammenhängen. Zum Beispiel ist die Zeit aktuell nicht korrekt für dich, weil du in einer Scheidung steckst, eine Lebenskrise hast, mit der du dich rumschlägst und dann solltest du nicht unbedingt mit Hypnose versuchen, jetzt alles mit Gewalt zu ändern. Dann versuche es später und lege das Programm zum Beispiel zur Seite. Es kann genauso gut sein, dass jemand überhaupt nicht mit Hypnose klarkommt und sich da einfach reinbeißt. Im weiteren Verlauf der E-Mail stellte sich dann heraus, dass sie bereits Negativerfahrungen bei einem Hypnose-Therapeuten gemacht hat, dass sie weder in Hypnose ging, noch mit dem Gesagten klarkam und dass die Hypnose überhaupt keine Wirkung zeigte. Ein Riesenproblem für einen Hypnotiseur generell, also wenn ich in der Praxis eins zu eins mit jemandem zusammenarbeite und der kommt mit so einer Negativerfahrung, dann sorge ich erstmal dafür, dass diese neutralisiert wird. Das heißt, es wird darüber gesprochen, warum glaubst du hat es nicht gepasst, was hat dich gestört, wie hat derjenige gearbeitet, wie viele Sitzungen hast du gehabt, hast du analytisch gearbeitet mit dem Hypnotherapeuten, suggestiv, habt ihr eine andere Methode angewandt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten zu arbeiten, welche Situation hattest du gerade und so weiter. Wenn man aber mit so einer negativen Voreinstellung kommt, aufgrund der Negativerfahrung, und dann in ein Programm geht, wo der Hypnotherapeut, in dem Fall ich als Hypnose-Sprecher, der Hypnotiseur, eben nicht drauf eingehen kann, dann habe ich schlechte Karten, egal welches Programm das ist. Es gibt Menschen, die reagieren auf Hypnose unheimlich gut, und es gibt Menschen, die reagieren weniger gut. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr als über das Abnehmen gesprochen, ich hoffe, du verzeihst mir. Nochmal der Hinweis auf ralflederer.com oder der direkte Link unter diesem Video führt dich direkt zum 6-Wochen-Programm, schau dir das mal an, vielleicht ist es was für dich. In diesem Sinne, dein Ralf Lederer aus dem Hypnose-Studio. www.IZO-Studio.co.co.co.co.co.co